Ich möchte euch heute etwas mitteilen. Und ich werde es nicht ändern. Und jemand fragt vielleicht, Pastor, wie lange willst du diese Message? Eine Botschaft predigen. Und das sage ich euch, bis ihr es begreift. Preise Gott. Amen. 2022 hat Gott uns gesagt, ist das Jahr der Entdeckung. Und ich glaube, dass jemand hier heute etwas entdecken wird, was ihn tragen wird. Amen. Wir haben ungefähr drei Wochen mehr. Dieses Jahr hat noch drei Wochen etwa. Und dieses Jahr wird über. Praise God. Und wenn ich euch jetzt frage, The question would be, this 2022, what kind of spiritual achievement have you been able to make? Welche geistlichen Dinge hast du in 2022 erreicht? Nenn mir eines. The year you will say is spectacular. This is something I'll take over. This thing happened and it will never go away from me. Etwas, wo du sagst, das ist so spektakulär. Das werde ich mit in das neue Jahr nehmen. Es wird mich nicht mehr verlassen. Amen. Eine Sache. Eine Bibelstimme. Eine Botschaft. Etwas, was in dich hineingegangen ist. Und Licht gebracht hat. Und Leben gebracht hat. Und du weißt es ganz sicher. Ist es nichts, was du able to discover? Gibt es etwas, was du entdeckt hast? Amen. Es ist einfach so, in die Gemeinde zu gehen. Aber gibt es eine Sache. Ich bete für euch heute. Und für jeden, der meine Stimme hört. Dass du erkennst, warum du geboren wurdest. Dass du erkennst, warum du errettet wurdest. Dass du Gott, den Allmächtigen entdeckst. Dass du Gott, den Allmächtigen entdeckst. Und was dich dazu bringt, dich selbst zu entdecken. Und wenn du das tust, wird dich nichts mehr aufhalten können. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Ich möchte eine Bibelstelle lesen, damit ihr versteht, wie wichtig auch Wiederholung ist. Amen. In Esther, Kapitel 3. Ich lese ab Vers 8. Ihr kennt die Geschichte, wo der Haman zum Ahasforos, zum König ging und forderte, dass er die Juden zerstören soll. Und er sagte, wenn es dem König gefällt, so werde er ein Schreiben erlassen, dass man sie umbringen soll. Dann werde ich 10.000 Talente Silber abwiegen in die Hände, der Schatzmeister, damit man es in die Schatzkammern des Königs bringe. Wenn ihr Vers 8 seht, da sagt er, da gibt es ein Volk, das ist anders als die anderen Völker. Vers 10 schauen wir jetzt mal an. Und der König hat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hamadatas, dem Betränger der Juden. Es ist gut, dass ihr es geschafft habt. Und der König sagte zu Haman, das Silber sei dir gegeben und auch das Volk, das du mit ihm verfährst, wie es gut ist in deinen Augen. Wir springen mal zu Kapitel 4, Vers 1. In as much as I'm trying to show you the importance of repetition, I want you to see that in every city, in every family, in every church, in every city and nation, God plays people with special grace, people that are attentive, people that read the hand of time, in every nation. Und ihr sollt wissen, dass in jeder Familie, in jeder Gemeinde, in jeder Stadt, in jedem Land, dass Gott Leute hineingestellt hat, die erkennen, welche Zeit ist. Amen. So this man, he was not the only Israelite in that kingdom, in Babylon. But look at what happened. Verse 1 says, when Mordecai perceived all that was done, Mordecai rained his clothes and put on sackcloth with ashes and went out into the midst of the city and cried with a loud and a bitter cry. You know what that means? Und Mordecai war nicht der einzige Israelite in Babylon, aber hier steht, als Mordecai alles erkannte, was geschehen war, da zerriss Mordecai seine Kleider und kleiderte sich in Sack und Asche und er ging hinaus mitten in die Stadt und erhob ein lautes und bitterliches Klagegeschrei. Habt ihr schon mal gesehen, wenn ältere Leute Klagegeschrei erheben? Das ist herzzerreißend. Because he was just, you know, crying and picturing a whole race would be annihilated. The Bible says he cried loud with a bitter, very bitter. So this is how it's going to end. Sagt, er erhob ein lautes und bitterliches Klagegeschrei, weil er sah, ein ganzes Volk sollte vernichtet werden. And he came to pass before the king's gate for none, sorry, I read from verse 2 again, okay? And, verse 2, and came before the king's gate, so he cried with a bitter cry and was at the king's gate, for none might enter into the king's gate clothed with sackcloth. Vers 2, so kam er bis vor das Tor des Königs, denn in das Tor des Königs durfte man nicht im Sackgewand kommen. And in every province, whether so ever the king's commandment and his decree came, there was a great morning among the Jews and fasting and weeping and wailing and many lay in sackcloth and ashes. I want you to know what it means that you were told you will be killed with your family. You are not yet killed, but the thought of what is going to happen is destroying you. Und in jeder einzelnen Provinz, überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Den meisten war Sack und Asche als Lager ausgebreitet. Verstehe das, was da geschah. Die haben gehört, sie sollten ausgelöscht werden, sie und ihre Familien, obwohl sie noch lebten, aber sie klagten schon darum. So Esthers Maid und ihre Chamberlain kam und sie zu ihr und dann war die König sehr gräfet und sie sendte Räumen zu Claude Mordecai und ihre Sackcloth von ihm aber sie erzielt und sie sagte, ich brauche diese Dinge. Und Esthers Dienerinnen und ihre Eunuchen kamen und teilten ihr das mit. Da geriet die Königin sehr in Angst und sie sandte Kleider hin um Mordecai zu bekleiden und sein Sacktuch von ihm abzunehmen, aber er nahm sie nicht an. So Esthers Maid sagte zu Esthers Sorry, am I repeating that? Five. Five, sorry. I gotta push it here. Then called Esther for Hattach one of the King's Chamberlain whom he had appointed to attain upon her and gave him a commandment to Mordecai to know what it was and why it was. Da rief Esther Hattach einen von den Eunuchen des Königs den er mit ihrem Dienst beauftragt hatte und gab ihm Befehl wegen Mordecai um zu erfahren was das sei und weshalb es so sei. Da ging Hattach zu Mordecai hinaus auf den Platz der Stadt der vor dem Tor des Königs war. And Mordecai told him of all that had happened unto him and of the sum of the money that Hermann has promised to pay to the king's treasuries for the Jews to be destroyed. And Mordecai teilte him alles mit was ihm wider fahren war auch den genauen Betrag an Silber den Hermann versprochen hatte in die Schatzkammern des Königs als Gegenwert für die Juden dazu wiegen um sie ausrotten zu können. Also eine Abschrift des Schreibens mit dem Gesetz das in Susa zu ihrer Vernichtung erlassen worden war gab er ihm die solle er der Äster zeigen und ihr alles mitteilen und er solle ihr gebieten zum König hinein zu gehen ihn um Gnade anzuflehen und vor ihm für ihr Volk zu bitten. Ich will euch zwar zeigen wie wichtig Wiederholung ist aber ich will euch auch zeigen wie Gott die Äster und den Mordechai an die richtigen Stellen stellte. Und Hathach kam und teilte Äster die Worte Mordechais mit. Again Äster sprach unto Hathach und gave ihm commandment unto Mordecai. Da sagte Äster zu Hathach und trug ihm auf für Mordechai. It was here and there. Verse 11 All the king savants and the people of the king provinces do know that whosoever whether man or woman shall come unto the king into the inner court who is not called there is one law of his to put him to death except such to whom the king should hold out the golden scepter that he may leave but I have not been called unto the king this 30 days so you that is a good excuse right very good one now this mother care was not determined to give up because he was God used mother care to push Esther into that place Vers 12. Und man teilte Mordecai die Worte Esthers mit. 13. Die Mordecai zeigte Esther zu antworten. Don't think that you are safe. Wenn du denkst, du könntest dich allein in Sicherheit bringen. Wenn die Zeit da ist, dann werden sie sich daran erinnern, dass du auch eine Jüdin bist. Und der König kann seinen Beschluss nicht abändern. Oft, wenn man die Christen zum Gebet ruft, dann haben sie allerlei Ausreden. Ganz viele Ausreden. Wo ich wohne. In Tumbuktu. Ich wohne in Tumbuktu. Vor zwei Wochen am Freitag. Wenn jemand etwas liebt, dann wird er das mit ganzem Herzen verfolgen. Aber wenn jemand kein Interesse an etwas hat, dann ist er da auch nicht wirklich mit Herz und Seele dabei. Praise God. Oh, es ist so kalt. Kalte Plätze hier. Seht ihr die kalten Stühle hier? Aber wenn du auf Arbeit gehen willst, Damals, als ich in Bayern arbeitete, da war es mal minus 20 Grad und ich bin in die Firma gekommen. Minus 26 Grad. Und als ich in die Firma gekommen bin, habe ich das gesehen auf dem Thermometer und dachte, oh. Und ich bin mit dem Fahrrad da hingefahren. Ich wusste nicht, warum. Ich ging mit meinem Bruch. Wenn du siehst, wie es mich fließt, ich bin sogar gestürzt und wieder aufgestanden und weitergefahren. Ich bin nicht nach Hause gegangen und habe angerufen. Und habe ich entschuldigt. Nein, ich bin da hingefahren. Also all diese Ausreden, die Leute vorbringen, wenn es um die Dinge Gottes geht, die sind einfach törichte Ausreden. People travel from here to Munich to visit their girl Es gibt Leute, die fahren von hier nach München, um ihre Freundin zu besuchen. Ist es nicht zu weit? Ist es nicht zu weit? Lasst uns diese Ausreden abschaffen. Wenn du weißt, wer Jesus ist, wirst du ihm dienen und alles für ihn geben. Ich habe gearbeitet und gearbeitet und überall tut es mir weh. Du wisst ja, wann ich meine Augen heute zugemacht habe. Um 5 Uhr morgens. Und ich habe gesagt, Vater Gott, lass den Heiligen Geist predigen. Das macht er. Aber dann wäre ich ein Verlierer. Weil er will, dass ich hier stehe, damit wir das zusammen machen. Amen. Du siehst, Mordecai gibt diese Entschuldigung. Sorry. Esther gibt diese Entschuldigung. Mordecai hat gesagt, ich gebe nicht auf. Die Esther hat ihre Entschuldigungen und ihre Gründe vorgebracht und der Mordecai sagte, ich gebe nicht auf. Amen. 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 I'm going to read verse 14. Verse 15. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But you and your father's house shall be destroyed. And who knowest whether thou art come in to the kingdom for such a time as this? Who knows why you were saved? Deliver for such a time as this. Who knows? Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her entstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Warum willst du einen Umweg gehen? Warum kannst du nicht direkt auf das Ziel zu steuern? Man. Listen. This man, I love this man. See, because of what he did, the Jews still celebrate this great day. You understand? Ich mag diesen Mordechai, diesen großartigen Mann. Und die Juden feiern immer noch diesen großartigen Tag wegen dem, was er getan hat. You know, most of the time people, they make mistakes where they're supposed to pray. They talk. Oft machen die Leute den Fehler, dass sie da, wo sie eigentlich beten sollten, reden. They diskutieren. Hast du schon gehört? Hast du noch nicht gehört? Die Nachricht. Oh. Und die nehmen ihre Telefone und schicken diese Nachrichten massenweise rum und wo drin steht, bete für und dann das Neueste und Letzte. They never spend a second to pray, but they send them to other people. Thank you very much. You did a good job, right? This is wonderful. The time they used to send, they would have used it to pray. Amen. Praise God. I pray that God will give us revelation. That we will find the purpose for our life. That we will find the purpose for our life. So the man told him, I think, I believe this one got inside. You understand? When he sent the last message. Also ich denke, die letzte Botschaft ist dann wirklich angekommen. We'll read 15. Wir lesen Vers 15. Then Esther bade them return Mordecai this answer. Mordecai, which one is coming again? Because the man has been waiting. He goes, okay, you wait. And that person is coming. Ooh. Da ließ Esther dem Mordecai antworten. Vers 16. Vers 16. He said, go gather all the Jews that are present in Shushan and fast year for me and neither eat nor drink three days, night or the what? I also and my maidens will fast likewise and so will I go into the king. Oh my goodness. I will go in unto the king which is not according to the law and if I perish, I perish. Mordecai said, that's what I've been waiting for. Mesh. Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht drei Tage lang Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und so dann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. You see, this thing is trying to push my message. You understand? I wanted to give you, show you the importance of reputation. This guy conducted until he got to Esther. So I'm repeating it until you will get inside your marrow. Also so wie der Mordecai das wiederholte, bis die Esther es begriffen hat, so werde ich es wiederholen, bis ihr es begriffen habt. Amen? So what I want to say to you is, look at these people now. They would have said, three days fasting, no eating. Which one is better, to fast three days or to die? Die Leute hätten ja sagen können, drei Tage lang fasten, nicht essen, aber was ist besser, drei Tage lang fasten oder sterben? Praise God. Amen? Look at this lady came here today. Diese Frau kam heute her, weil ihr jemand gesagt hat, Amen? Someone told her, and she believed it. Dass sie geheilt werden kann, und sie hat es geglaubt und kam. Weil es keine andere Hoffnung gab. Aber Jesus ist Hoffnung. Amen? Amen? Praise God. Praise God. So the title of my message, let me put it this way, so that you can remember this word, okay? The last time is that God believes in you. I'm going to put it a different way. It's a year of discovery, right? It's a year of discovery, right? So I titled it, finding your purpose. I nenne es also deine Bestimmung entdecken. You know, God's purpose for your life, but you know, German, you try to make it so that it's not too long. Praise God. All right. Deine Bestimmung oder Gottes Bestimmung für dein Leben finden. Amen? May you discover yours in Jesus' name. Mögest du deine Bestimmung entdecken in Jesus' name. Amen? You see, anybody who wants to discover his purpose will. Jeder, der seine Bestimmung entdecken will, wird es entdecken. You will. If you don't want, you can tell all the stories. If you want, you will. Wenn du sie nicht entdecken willst, ja gut, aber wenn du sie entdecken willst, wirst du sie entdecken. Listen, I discovered my purpose and there is nothing in the whole world that has, okay, let me put it, in the whole universe that has God the power to stop me. You know why? Wisst ihr warum? Because the almighty God has already given me the assignment and nobody can change it. There are things that try to make me but it's not possible. Amen? I have had visions of the Lord Jesus Christ. But the one of 2006 is a memorable one. when I was in prison, we were all in prison. And Jesus came into that prison. And when he came in, he called me out. I followed him. Before you go out, it's heavily secured. You see security, this prison that nobody can get you out. and it was a very safe prison. There was no one coming out. So I told Jesus, I was pointing at the security. I told him, I didn't know how we got out, but we were out. And when we were outside, he asked me, what do you want? I said, your healing power. And he asked me to straighten out my hands. And I did. He dropped his two hands and disappeared. I said, did it happen? I was so happy. And later I went back to the vision again. And I went inside the prison. and I told everyone in the prison, say, the Lord Jesus appeared to me. And he has given me power. Come with me. So when we got to the door, they did the same thing I did when I was with Jesus. They said, they were showing me the security. And I told them, come with me. And I took them out of that prison. And I don't need anybody to tell me what it was. Amen. I tell you, you can find who you are. You can find your purpose in this life. Amen. Every one of us. Each and every one of us. jeder von uns hat eine Bestimmung. Amen. It does no matter how old or how young. There is a purpose. Es gibt eine Bestimmung. Purpose for your life. Für dein Leben. Amen. The book of Jeremiah in chapter number one, verse five, told us what was on God's mind, how God prepares people before they were born. In Jeremiah 1, verse 5, lesen wir, wie Gott Menschen auswählt, bevor sie geboren werden. Look here, here God said to Jeremiah, before I formed thee in the womb, I knew thee. Er sagt, Gott zu Jeremiah, ehe ich dich im Mutterschuss bildete, habe ich dich erkannt. Before we were all born, before we ever entered the womb, God saw us, God Almighty saw us, he knew us, prepared us for a purpose. Bevor wir alle geboren wurden, hat Gott uns schon gesehen und uns vorbereitet für eine bestimmte Aufgabe. I read a scripture here last Friday. Ich habe letzten Freitag oder Mittwoch hier eine Bibelstelle gelesen. And I was sharing with the people, it's amazing, God talked about a man 140 years before he was born. Can you imagine that God schon über einen Mann sprach, der noch gar nicht geboren war, sondern erst 140 Jahre später auf die Welt kam. That is after the prophecy, he was born 140 years later. And God called his name Cyrus. And God nannte him schon beim Namen den Kyros. When I was talking with my wife, I said, but who told the parents to give the man that? Don't ask God that. But wer hat den Eltern gesagt, sie sollen ihr Kind Kyros nennen? Now listen, over 800 Kilometer away, the distance from where the prophecy came and where the man came from. And there were noch 800 Kilometer dazwischen, zwischen dem Ort, wo die Prophetie gegeben wurde und dem Ort, wo dieser Mann dann geboren wurde. Und 140 Jahre lang dazwischen, das heißt, noch nicht mal die Eltern waren geboren. See, I pray that God will give you a picture that you understand that you are very special. There is something about you that no one else has. Ich bete, dass Gott euch Offenbarung schenkt, dass jeder von euch versteht, dass ihr etwas ganz Besonderes seid, was Gott geschaffen hat. Und viele Menschen nehmen das gar nicht ernst. You are the salvation to men and women that you are yet to meet. Du bist die Errettung für Männer und Frauen, die du noch treffen wirst. You carry destiny of families, destiny of churches, destiny of cities and nations. Today our kids, you know, most of the kids are destroyed because of mobile telephone, telephone, This is how they walk on the street. Weil sie so auf der Straße laufen. sorry, sorry. so laufen sie auf der Straße, schauen nur auf das Handy. If you take away the hand, it's like you kill them. Christ! Christ! Da wird gejammert und geschrien für ein Telefon. And they announce saying, our kids are getting the very dumb doll in school they can't do not that said, and then heard about all the Berichte, that the children are so schlecht in school and so schlecht in Aufmerksamkeit have. Parents, if you don't play your part, if you don't play your God will blame you. God will blame you. Praise God. Praise God. You can play your part. You can play your part. Amen? Amen. God entrusted that kid to you. you have to train that child. You have to. God has to you have to kid an vertraut and you must this kid erziehen. That is your duty. I have kids. Amen? And there's boundaries. Praise God. Do you understand what I'm saying? There's boundaries. I am full of love. I am full of love. That's why the love put boundaries that will save you. darum setzte die Liebe Grenzen, die sie bewahren werden. Amen? I didn't want to bless God for my daughter, honestly. Here is Deborah. I've never asked her, when are you going to go to bed? No. I preise God for my daughter Deborah. I must never her to I must bed. No. No. No problem. that's not problem with her. Amen? Amen. I'm not telling you, she's angel. I'll tell you truth. She resvects. She resvects. Amen? See, I thank God for her life. Do you understand me? I thank God for her life. Do you understand? Praise God. This child goes to the supermarket. She saw something that fell down. would pick it up. Wow. This is amazing. No. Not got from the sheriff. Something fell down. I thought you said I got it. All right. So now see that is you see what God can do. The Bible says we should show kids the way they should go. Train them. You leave them in their room, they play anything. It's not the kids fault, it's your fault. Amen? Amen? It's part of your assignment. You have to take care of Amen? Those kids, they were born with destinies. See, for example, what I wanted to say, nobody taught her discipline. Nobody taught her this. She, she. If she said, I'm not going to eat, forget it. As a little child, she won't, she won't. You can't. As a little girl, would buy something and say, eat in the car, she said, no, no, she will get home. She will not eat in the car. When man said, she will not eat in the car, then she said, nein, bis man then to Hause was. Praise God. I want to talk to your kids and let them know, this thing, if you exceed the time, it is going to go inside my pocket, period. sag to deinem Kind, dieses Telefon, wenn du zu viel Zeit damit verbringst, wird es in meine Tasche wandern. They are your kids and not your boss. Amen. I wish I have one more hour. I wish I had another hour. Praise God. Okay, let me show you, you can read 34, you will see where God talked about this man. Now look at where he talked about him again. Isaiah 45, I read from verse 1 to 5, please. Wir sind jetzt in Jesaja. Thank you for announcing this. 44 und 45, 44 sollt ihr alleine lesen? Wir lesen aus 45 über den Mann. Don't say the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holding, to subdue nations before him. And I will lose use the loons of kings to open before him the two leaf gates and the gates shall not be shot. I will go before him and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of brass and coordinates under the bars of iron. Isaiah 45 1 and 2 so spricht der Herr zu seinem Gesalbten zu Kyrus, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen und die Hüften der Könige entgürte ich, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore bleiben nicht verschlossen. Ich, ich werde vor dir herziehen und werde die Ringmauern einebnen, erne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und I will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret places. Oh, this is amazing. Und he said that thou mayest know that I, the Lord, which call thee by thy name, I am the God of Israel. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. And Jacob, my servant's sake, and Israel, my elect, I have even called you. God is telling him why he did what he chose him. So I called you for this purpose. Und meines Knechtes Jakob will und Israels meines Auserwählten habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Gott nennt ihm den Grund, warum er ihn auserwählt hat. And then he said, though thou hast not known me. There are a lot of people that have been called but they are not yet aware. I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. I gather thee though thou hast not known me. This man didn't know God but God has ordained him to accomplish this purpose. This is amazing. Do you know when this man came you know what he did there's no time to go into all of this he came to the scene with 170 something no around 175 years of his his of this prophet. 175 years after this Weiss came he to the power that is God in fact. I have few questions rising in me that I would have loved to ask you father you this man go up and say is there anybody from Israel any one from that place the God of heaven has given me command to build him a temple in Jerusalem anybody can you imagine like a billionaire came in here and said hello who is pastor sammy here the god of heaven told me to go meet you you are welcome sit there and have my seats praise god this man who did god talk to him in the dream and just I want to know praise god he paid for the rebuilding of the temple he did he was born and ordained for this purpose have you discovered your purpose I'm not talking about gift no that's not what I mean why you were born amen it is your number one assignment is not to go get married it's good but that's not number one get kids that's good or build houses get cars right stop it so don't call the name then you know this ship what is this name you see this you know this small one that it's millions exactly praise god that's what I'm trying to remember that's not why you were born your number one assignment is to find god that's what jesus said seek first the kingdom of god and his righteousness and his righteousness all the things you're looking for they come they will come amen they will come there are some of you that were called to be ushers no I want to hear give me a microphone that's what I want that's what I want look at this brother columbus you all know what I mean okay we pleaded with him over a year to lead the ushers he said no he said no he told him to be an usher but not to lead usher he said no 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 we keep asking he said no he said no he said no he said no I am an usher but not to lead I am an usher but not to lead but there is no difference he said there is different you will not lead amen he has a great servant heart he has a great great servant heart praise God and he is doing it and he is doing it we saw a video of 2006 we have a video of 2006 you see him and he is doing it praise God praise God see there is something about you you can discover it because there are people that this your assignment they are hanging on that assignment you are the only one that can help them God has called many people unfortunately many many are sleeping unfortunately some are not even aware of it God 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 I would have been doing something different but I knew and if I had gone out of this calling I would have gone well because you are being blessed because I would have I would have and I would have this segn these people were kids who were reaching out and these less privilege and these children and these armen people who were reaching what would have happened when I got to heaven God would tell me but I told you and you choose to play football right and then you see your two knees look at it you wouldn't have had this you would have had a normal knee praise God see just if you take this word today and say God please I don't want to stand before you in regret please God Almighty I don't know what is holding you back but whatever it is you can be delivered amen I was delivered from football do you know they're playing World Cup and I've not watched once I won't go and start do you know how I knew that there's a World Cup it was it was a sister I called a sister I called she said we'll just watch much I said which people are playing and she said we'll see the game and I said who's football I said what is going on she said there's a World Cup and I said what it's sister Florence I wouldn't have known and honestly I wouldn't have known before no matter how strong my message is I don't finish because I know the time of Bundesliga I'm gone I mean it oh yeah translate früher als ich egal wie deshalb die Botschaft war ich habe pünktlich aufgehört weil ich wusste wann Bundesliga anfängt und dann weg war reich I will be gone auf und davon Pastor we'll see next week we'll see next week next week next week next week God delivered me anybody can be delivered see I said I have no watch once I am only hearing from I have kein Spiel mehr angeschaut ich höre ich höre das immer nur wenn andere davon erzählen you have a destiny amen praise god jeder von uns hat einen Platz im Evangelium was was willst du sagen über diese Missionare die nach Afrika gingen willst du mir sagen die haben Vergnügen nicht gemocht sie die westliche Welt verlassen haben die westliche Welt verlassen und haben ihr Leben hingegeben damit wir das Evangelium hören können amen Menschen haben ihre Bestimmung entdeckt und sind dieser Bestimmung dann nachgejagt amen look at the worship team and I pray for our kids that God will keep them that they will not be distracted in the name of Jesus that they will take over and proclaim the good news in the name of Jesus there's something special about you in dir ist etwas besonderes listen I don't know how many people I can't put them in writing that God has touched through my life what if I had refused in total I can gar nicht aufzählen wie viele Menschen Gott durch mein Leben berührt hat was wenn ich nicht dieser Berufung Gottes gefolgt wäre amen God glaubt an dich darum hat er dich gebracht millions of you were on the way and you won you won against millions 200 300 millions und du bist einzigartig you won over 300 million sperm heading the same way and you won you won da waren da waren weiß nicht wie viele Millionen spermien auf dem weg und die eine hälfte von dir hat es geschafft you mean you were in fact I trained you where did you train had you said oh I been good durch train where it was God that picked you and I want this one when I was born before I was born God saw Germany he knew the Halle Sale Er kannte Halle Sale und die Dämonen in Halle er gab einem Mann eine Salbung die Dämonen zu verjagen dass ich mich vor Druck beuge ist unmöglich you know why I have learned that when it gets hot I know where to go I have gelernt dass wo ich hingehen muss wenn es heiß her geht I'll go to him and he will pump the energy pump it I'll do like this until he pump energy Amen He believes in you there nothing nothing will be able to tear me up nothing I'm telling you what if I say father this is too much and I will disappoint you when God brag on a man there is something about our man and God and God is stolz over every one of us here amen and that's why he brought us and that's why he brought us and that's why he brought us he said about David he said I have found me a man who would do all my commandments I have I have a man found a man after my heart a man after my heart after my heart that's in chapter 13 verse 22 amen there is something about you that is very special it is 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 I remember in those days I remember in those days when one of the meetings Bosco said honestly these other songs the other people can sing it but when it comes to he's there he's going to sing it very well we had we had a meeting and Bosco said also the whole people can sing it but when it these there is western it is honestly when it the africanian songs then it is it is his 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 which we have gotten up to a million times when you watch the Bosco 2006 hoch and runter geschaut if Bosco the same thing the same thing the same song everything Bosco had the same Lieder gesungen exactly and he's special he can close his eyes and sing it he found his place there was a day I said Bosco would say Pastor I can't preach here listen I'm doing it's better for me it's good to find your place it's good when you find your place and be faithful and be faithful amen praise God praise God praise God that's why when I see this young girl you know Samira when I see this young girl as a young girl doing what it is you know helping out doing everything there there it's amazing it's amazing amen so each and every one of us there's something about us amen I had it was 2008 we were preparing for to travel to India and we were fasting and praying here and then a vision came and a vision came and a vision came in this vision they it was witches you know they look like an Italian lady you understand but in a jungle and one of them asked is it true that Pastor Sami is coming to India the other one said yes all of them they turned back and started running we were laughing that was how we ended the prayer we were laughing that was how we ended the prayer amen they know my name praise God the demons they know my name why why God have anointed me amen praise God so I want everyone to know that God is bragging on you please do not waste your life I want everyone to know that God is stolz on you and amen don't because of your your own interest destroy the future your future and the future of others don't wegen deiner eigenen interessen deine eigene Zukunft und die Zukunft anderer amen Sampson the first man would do superhuman strength the first human the first люд the first man the first man you know how he messes it up wie he does vermasselt he his own interest because hea his own interest verfolgt hat. Und Gott hatte ihn auserwählt, die Nation zu retten, aber er ist gescheitert, weil er einer Prostituierten hinterhergerannt ist. Ein Priester weil er nicht aufmerksam war oder vorsichtig war hat er seine Lebensbestimmung vermasselt. Er hätte für immer Priester sein sollen, aber es hat geendet. Saul Die Königsherrschaft war für Saul gedacht, aber weil Saul es vermasselt hat, ist David dann König geworden. Und er wurde König und wird sogar im Neuen Testament als König erwähnt. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Bitte vermasselst du nicht deine gottgegebene Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ihr diese Schreie hört. Menschen schreien nach Hilfe und Gott hat uns gesandt, damit wir ihnen Hilfe bringen. Ich weiß nicht, warum Gott dich hierher gebracht hat. Da gibt es diese Stelle in Römer 16, Vers 13, da sagt Paulus, also er grüßt alle möglichen Menschen und dann sagt er, grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter. Also er nennt die Mutter des Rufus auch seine Mutter. Amen. Amen. You don't have to be a pastor. Du musst kein Pastor sein. Amen. It's just like my hand said today, don't talk, use hand to talk. Das ist, als wenn meine, was, meine Hand würde sagen, wenn meine Hand zu meinem Mund sagen würde, du brauchst heute nicht reden, ich rede heute. Und dann mache ich so hier. Und ihr antwortet dann so. Versteht ihr? Die Hand hat ihre Aufgabe. Die Beine haben ihre. Die Ohren. Die Augen. Die Nase. Natürlich auch der Mund. Wenn der Mund sagen würde, heute werde ich laufen. Von da nach da. Und die Zähne würden, ich weiß nicht was machen. Nicht meine Zähne, nicht die. Nicht meine Zähne. Wenn jemand das versuchen würde, würden die Zähne da nicht mitmachen. Willst du dir, was ich sagen will? Finde deine gottgeschenkte Bestimmung. Dann wirst du dich freuen in dieser Welt. Und in der zukünftigen. Wirst du ewiges Leben finden. Ewige Freude. Du bist etwas ganz Besonderes. Versuch nicht, jemand anderes zu sein. Versteht ihr? Kinder. Lasst euch nicht von anderen Kindern zum Negativen beeinflussen. Ich spreche jetzt nochmal über Deborah. Kein Kind kann sie beeinflussen. Unmöglich. Praise God. Amen. Das bereitet mir Freude. Es gibt viele Filme, die sie nicht anschauen will. Wenn so eine Unternehmung geplant ist, dann müssen wir es immer vorher wissen, weil sie da nicht alles mitschauen will. Don't watch what all that is. You are special. You are destroying your future. Don't do that. Schau dir nicht alles an, was andere sich anschauen. Zerstöre nicht deine Zukunft. Amen. Oh, maybe it's another day I will talk about it. Praise God. Praise God. Amen. Du bist etwas Besonderes. Talk to your kids' parents. Tell them, don't do what other kids say. Don't. You will not force them, but tell them when they are now and small. Sag deinen Kindern, du musst nicht alles mitmachen. Amen. And now I want to say to you, because all of you are my kids. All right? Jetzt sage ich euch, weil ihr alle meine Kinder seid. You believe that, yeah? Nicht wahr? So, I'm a father. Praise God. Father, you heard it. I want to say to you all, discover your purpose. Ich will euch allen sagen, entdeckt eure Bestimmung. I want you to close your eyes. Schließt bitte eure Augen. Und bittet Gott, den Allmächtigen. Warum wurde ich geboren? Ich will es erkennen. Ich will diese Welt nicht verlassen. Und in dem Wissen, dass ich Gott enttäuscht habe. Und dass ich meine Welt enttäuscht habe. Ich will nicht das tun. Hilf mir, Herr. Ich will treu sein. Zeig mir, Herr, warum ich geboren wurde. Zeig mir, Herr. In Jesu Namen. Ich will treu sein. Ich wurde erwählt und berufen durch dich. Eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Und das will ich tun, Herr. Ich will dich finden. Ich will dich finden. Ich will dich finden, der Ziel von Gott für meine Leben. Ich will dich finden und die Bestimmung Gottes für mein Leben entdecken. Vielen Dank. You fly to fire me in this place